I like to move it, move it, I like to move it, move it, you like to move it I like to move it, move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, you like to move it Hey, willkommen zum nächsten Part of this day und diesmal mit Commentary von Steamclaw, natürlich war ich mit dem Meister Ja, wir haben es endlich geschafft, wir haben die Show ganz gerne an der Tauchstum fertig gemacht Kannst du mal Applaus geben dafür? Applaus, Applaus! So, dass du endlich nicht wachst, du hast Na, danke, so und Diablos müssen wir, oh nein, Diablos und Scrabius Hassmonster Nummer 1 von mir und Unite Diablos, total unlogisch gefixt ist der Ich glaube, die Leute, die ich jetzt länger spielen, wissen das und ich bin gerade mit Hey, das ist mein Display, lass mich mehr reden So, ähm, dann muss ich auch sagen, also, ich könnte es auch ganz schlau machen, nämlich, hör mir mal zu Gut, ja, äh, ich hab jetzt extra noch eine Nachkampfrüstung geformt und geht in Fernkampf gegen Gravius Oh, das ist natürlich, dass die Idee der Ideen, warum ich auf die Diener nie gekommen bin Und ich möchte mich über uns, weil, ja, ich quäle mich nämlich gerade nicht unbedingt, äh, so, ja, durch, ich quäle mich gerade durch Kid Icarus' Uprising, ja, in dessen Sie mal haben wir, wir haben doch Blancos' doch auf Dussens mal gebaut, fehlt mir gerade ein, das stimmt ja Ja, aber ich muss mal gucken, was man verbessern kann Ähm, was macht man eigentlich gerade bei Kid Icarus' Uprising? Na, ich spiele da mit dunklen Finsternis, hab grad zwei mit einmal gehittet und hab, ähm, den einzigen dunklen Pit gemacht So, guck mal, was mir gerade noch fehlt Fünf Blanco-Boards, drei Blanco-Boards, drei Blanco-Boards-Szenen Und dann kennen wir diesen Part nicht von, von, da kenne ich wenigstens, was man den Part kennt von, von, ich bin der letzte hier, nein Doch Ich, ähm, er kenne diesen Part nicht von Arcanta Cruella, wo er, ich glaub vier fünf Parts macht, wo er, äh, das Ding sammelt? Ja, genau Okay Na, äh, was willst du denn eigentlich machen, hast du eigentlich einen Hammer gesehen dann, oder? Hammer, nein Was willst du denn erfahren? Na, ich, ich, ich überlege gerade auch noch mit der Vorform machen Dauert zwar länger, aber das sind trotzdem weniger Parts am Ende Ja, die Methode der Methoden Ja, die Methode der Methoden, und ich mache jetzt ein paar Drachenälteste Weil du da, weil du dabei bist, so als Special Guest, so Drachenälteste Ja, du auch mal was Verdammt, ich wollte gucken, welchen Gebiet der Diablos ist Mann, ey, du lenkst mich hier voll ab Ich denk dich gar nicht, hab ich trug auch nicht Das ist es hier Wüstetag, also Kaltgetränke So Wie, wir haben verloren, das ist ja uncool, der war eigentlich fast tot Ja, dein Problem Das ist voll uncool, ich hab auch, glaub ich, die meisten getötet, fünf hab ich besiegt Und dreimal bin ich gestorben Ach, so wenig Und dreimal gestorben, weiß wie schlimm das ist Ja, komm, echte Camper sterben überhaupt nicht Die Camper, du nennst dich Camper Ich hab violette Hand bekommen Ja, du bist Camper hier, ne? Dann wirst du auch niemals auf die Kills hinkriegen So Äh, was nehm ich mal mit Ich selber Camper Du nennst dich nicht Camper, aber ich weiß, dass du so einer bist Arschlach Na und? Autofahrenkreuz Teil Genesung Das nehm ich mal noch mit So, ich sag mal, das muss ich noch alles mitnehmen Das musst du alles mitnehmen Wetzsteine, ne? Wetzsteine, ja, Wetzsteine, ähm, das brauchen wir noch Wetzsteine, ich hab gar keinen in der Box Das würde ich natürlich Katzen dann Ja, ich hab aber auch Ich hab welche mit Die hab ich, sehr schön Kann ich auch mal ausnahmsweise essen gehen So Und los, ja Ja, du musst jetzt ja Die hast du nicht in der Taurus, stimmt ja Genau, hab ich's geschafft Ja, das ist cool Die hast du schon mal Was muss ich denn essen, sag mal was Äh, wie viele Katzen hast du denn schon? Drei und vier Oh, ich mal zählen kannst du Ja, ich seh ja auch nur, ach das Na, die eine erkennt man gar nicht Von hier erkennt man die gar nicht Na und, komm Ich weiß ich glaube ich nicht Ich glaub Fleisch und Fleisch musst du essen dann Also, Duftsellerie oder Nee, Fleisch nicht, Gemüse Kanonensalat Ah, hier Prinzess und Ferkel Und, äh, ich hab mir erntes Fleisch Ja, soll ich Katzen Das nehme ich, ich fehl' jetzt Königskäse So, jetzt machen wir noch schnell das hier, weil ich so cool ist Und alle mit singen Naja So, und Ich bin kein Tod Das ist sehr schön, dass du gleich tot bist Beeindruckend Geschmacksvoll Gesundheit erhöht Siehst du, wie gut ich bin Typ, da ist wirklich wahr So, wenn wir gerade speckig gegessen haben Das Prinzessinnen und Ferkel Du hast speckig gegessen Ja, ich hab's speckig gegessen Obwohl jetzt wieder hier steht Oh mein Gott, ein Zombie Jaaaa Ich muss schnell Waffe wechseln Ich mach's einfach mit der hier Hier, hat grüne Schärfe, das reicht Ich werde sowas in Abgarten, weißt du das? Ja, ich hab mir besiegt Ja, ich hab mir besiegt Ja, wie schön Ich hab mit Reds KZ, der war so gut wie unbesiegbar Und dann kühlt ja mich fast Und ich hab den in der letzten Sekunde noch besiegt Ich kann mir auch Blitzgeber kaufen Laufen Laufen Laufen, ja, ich kann mit Blitzkleber auflaufen So, und jetzt fehlen mir noch Blitzbomben Danke, dass mich daran erinnert hast Äh, dafür haben wir ja Harzerpflanzen Und Steine Harzerpflanzen? Ja, Harzerpflanzen Harzerpflanzen Äh, wo kann man die kaufen? Die gibt's an jeder Tankstelle Und bei jedem Harzer So Harzer, an jeder Tankstelle Schwierig, schwierig Das will ich mal sehen So Blitzkinder So Dann, jetzt können wir loslegen, ne? Können wir loslegen zu fail Let's fail, Monster Da gleich gerade dabei bin Wir könnten auch den Doppelschwerter nehmen Doppelschwerter, ach du meinst du Du willst sehen, du willst jemanden Den Doppelschwerter Meister eigentlich Also wieder schon beeindrucken Indem du Doppelschwerter nutzen Und ihm zeigen willst Ich kann es jetzt auch Guck mich zu Genau, aber das mach ich nicht Weil ich schlecht Ich spiele insgeheim Genau Und dann Ja, das wäre eine gute Idee gewesen Sonst jetzt bei dem Kampf Weil Hast du gesehen, wie doll ich mich bei Monoblos angestellt habe? Oh ja Wie viel lang war das nochmal? Scheiße Dank Hier, auch Schallbomben habe ich vergessen Verdammte Kacke Wird jetzt vielleicht super Ohne Schallbomben, ne? Ohne Schallbomben? Ohne Schallbomben Verdammte Verdammte Unsere Käthe Wo ist denn der? Diablos Der beginnt in der Ähm Worte Ja In der 7 Ach genau Da unten in dem Gebiet Westwelt Du meinst du? In der glühenden Sonne Obwohl wir hier keine Feuerschaden bekommen Da ist der Pit Ne da ist der Diablos nicht der Pit Maul Da habe ich schon über 300 Kills online Du spielst auch mehr Ich bin ja nur auf deinen Tochter und Dienst Ich habe besiegt Ich habe besiegt Ich habe besiegt Ja Es ist ja weg Und das 8 Oh Oh Da ist ja schon Ich hab sie Ich hab sie Ich hab sie Ich hab Ich hab rausgeholt Ich hab nicht schön Nein ich brauche Nein So eine Kacke Armin hat auch schon mal gespielt Ich hab eine geile Bekomm Das ist sehr schön was Er hat Schussabwerb bis 2 Dauerung Einfänger und 2 Tempo plus 2 Schuss 3 und Nahrung Ich weiß was diese verdammten Land für die Nerven Weil die keine Pflanzen treffen sollen nicht Er ist hier ein Monster Hunter Schreiber Moment bei mir Ja Ich hab sie Ja weiß ich So Punkfest Nur die Minions töten mich fast Ja Verpackt nicht Verpackt nicht Und die Minions rutschen sich nicht mehr schaffen So Ich denke so sollte ich mich auf den Kopf gehen Ich block er eh auch Ja Du blockst ab Also fast überall ja Außer am Zählen Ne außer am Zählen Ne außer am Zählen Du kannst nicht ab Wenn du genau die Verbindung stückst Dann will ich das mal treffe Das war schön aufgewichtet Ja Ich hab's ja nicht so geübt Im Sinne Von was wurde ich erst getroffen Ich war gerade ein Rückwärtsschlag Ja ich kenne das Ich kenne das Ja bonus Verdammt Ich habe keine Ohrstöpfung mehr So wie bei so einem äh run for hims Ja das ist die Ohrstöpfung So ein scheiß run Ja aber run is run Ach ja und beim Diablos Ja das funktioniert genauso wie beim Monoblox Den kann man auch gegen den Stein hier rennen lassen Richtig? Ja das kann man Meinst du der Neue bei dem Vier-Eck wie du es nennst Ja nochmal Vier-Eck auch Das sieht relativ rund aus Mit ganz vielen Ecken Oh Mensch er krebt sich andauernd ein Das ist mies Haben rausgeholt Weißt du was auch richtig mau ist? Was? Er ist noch nicht hüten Ja dann hüten Noch nicht? Nein Also komm du hast dich wahrscheinlich gesteckt Ja das habe ich Ah ich hätte auch nur gewährend zu machen können Stimmt hast du mir Wolltest du dich auch noch fahren oder Eis gewährend zu werden? Ja natürlich ich will mir alles mögliche bauen Aber ich habe keinen Sale zum Farben Also keine Lust zum Farben Es trifft zwar eher Das muss ich auch im Moment dann spielst So hab auch noch getroffen Also wo kommen die ganzen Minions her? Die Minions? Ich kenne die kotzen dich an Ja Warum die Capskontort eingebaut hat Um Schwierigkeitsgrad zu erhöhen Ist doch ganz möglich So sind sie tot Da ist noch die Ablust nicht mehr da Doch da kommt auch nicht zu Ja so ist es nun mal Und jetzt renn auf nicht Guck guck Nicht Schwanzschlag Guck 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 Jetzt brüllt er Der macht nie das was ich will Das ist unfair Ach schon bei mir Ja jetzt rennt er und 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 Sehr schön Schön im Back reingerannt Oh nein ich bin nicht mit Doppelkling Das ist so cool das nicht mal schnell spielt Ich tauschen mal schnell Ich kann auch nur über mega gameplay dann Ja und Das war aber nicht cool dann Das war aber nicht cool dann Dann das dann mein Kittigeroste Supergeist Gänse ist und hier scheiße Nee Andere rum Nee So erstmal schnell rein Ich glaube er haut sich ab und er macht irgendwas böses Hier gibt es mit einem Typen der hat nichts dabei Der ist 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 Der lässt sich Köln So er ist ein anderes Jetzt ist er unter 3 Das ist cool für Fernkämpfer So ich bin grad keiner Du bist im Moment keiner Wärst du aber liebsten es oder Ja das ist für mich irgendwie einfacher Fernkampf So feiten es kommt Das ist einfach cooler Nein das werde ich geholt Ja das ist sehr schön Das gefällt dir Du auch nicht Du wirst geholt Ich werd geholt Ja siehste Ich muss also mich anfeuern damit auch gewinnt Let's go hands 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 Sehr schön Ich werfe eine Blitzbombe und der krebt sich ein Der krebt sich ein Nee der krebt sich ein Das ist ja das doofe Scheiße Wurden alle Wetzpult getroffen Also fast alle Bis auf ein paar die jetzt dazugekommen sind Ja Aber sie wurden schon mal getroffen Na und Lass mich den Erfolg Lass mich den Erfolg Ja Ja lass mich den Erfolg Jetzt schreit er wieder Aber ich hab noch einen Westbrook getroffen Und Toni hat mich weggebombt Toni meine Bomberkatze Deine Bomberkatze Ja Und gleich werde ich voll geohnt Ich seh es kommen Ja Aber es ist nicht passiert Das ist toll Ist noch nicht aber Bläh passiert ja noch was Der nicht doch Äh nö Passiert nicht Mir doch nicht Ich fail doch nie im Let's play Nein du nicht Man sieht auch nicht den Mono bloß an Der Mono bloß war ja der geilste Part ever Ja Was ich aber nicht anschauen konnte War der War der Was Der 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 elle Der 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 natürlich kann ich ja du bist du bist immerhin von mir abhängig ja schon irgendwie voneinander abhängig jetzt kann er hergerannt kommen das ist sehr nett was sind das gut er hängt fest ich dachte schon der hat sich was anderes einfallen lassen und das erste horn ist kaputt so macht das meister ja genau was ich bin da haben sie mit dem oder fähigkeit aber alle ja die haben die können die alle haben ich glaube das ist eine fähigkeit dass man eine gewisse zeit im besieg da hat es mehrmals eingesetzt ja irgendwie nervt die ablos schon 30 minuten auf warte wir haben ich stimmt abstaubt macht es gerne aber wir haben immerhin fünf minuten anfang rumgelabert ja also immer nur sieben minuten neun minuten aufgaben ganz genau nachgucken nein es ist zu einfach weil du jetzt auf den kopf gehen weil das ja die schwachstelle ist so ich spiele jetzt mal haben wir vielleicht hilft das vielleicht hast du einfach nur eine zu schwache waffe nein nein ich mache dich nicht mehr schaden wir haben wir müssen uns auf letztendlich kontrollieren und nicht auch dein kippiker russ das kann eh keiner sehen gerade so und toni hat gerade also vorhin so ein betäubungsschaden gemacht welche gute frage auf jeden fall hat das schon die laner ich wurde mit formen schweift den muss ich noch abschneiden ja sonst macht kein spaß aus dem haus und posten auf jeden fall natürlich ich brauche alle sachen genau ich wollte nicht machen jetzt in der hitbox drin und wurde hier getroffen jetzt bin ich fast tot wegen dem scheiß hier wegen dem spiel ja das wäre zu wegen dem blöden hessischen diabolus der also gerne mal seinen kopf über die steine rein rampt und dann ja die uhr ja genau ich bin auch jetzt auf meiner binären uhr nachgucken wie spät es ist ja du und deine binäre uhr die ist cool ja haben nämlich nur echte profis ja nur echte profi ja deswegen hast du auch keine ach ne ja Mensch ja das gibt sich an da und ein ich auch keine schallbomben mehr um mal wieder zu ja ja ich weiß das ist so aber ich bin nun mal so etwas doof ist gut ey ich bin doch fast gemäult aber nur fast ja und und mein ausdauer ist fast weg auch wieder fast ja und ich hab ganz viele käfer netze mit und mega spitzhacken ja momentan das maximus mitnehmen kann also bis auf mega käfer netze ja er hängt schon wieder fest dank toni und 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 so macht man das wo ist das angesagt heutzutage weißt du was ich vergessen habe ich hätte bevor ich auf das rumgehe auf den schweif gehen sollen warum kann man dann auch angreifen während der an dem stein drin ist stimmt es wäre schlauer gewesen es wäre schlauer gewesen ich kann ja ich krieg es hin dass ich sowas kann also dass ich so treffe ja ich kann auch so oft daneben hauen bis ich irgendwann mit dem schweiz treffe und der dann abgeht aber es ist einfacher den so anzugreifen schutzpolitik ich weiß auch nicht was das sein soll na das sind auch waffen ja das sind zwei engel die ankreifen können also ja je nachdem ich hab auch was anderes ich hab zum beispiel zwei scheiße er ist nicht mehr gepäntet nicht mehr nicht mehr oh das ist natürlich jetzt scheiße warte ich hab hier irgendwo vorhin den komischen ballon gesehen aber ich weiß nicht mehr wo wann war es nicht in den stein nö ok ich geh mal aufs suche nicht aufrüsten was machst du ich hab kombiniert an meine waffen ah ok ich hab immer mal so gebaut komplett was in die hat sowas wie ähm komplett schutz 2 gtempo 4 aufrappeln schutz 1 und eine stärke was wir machen straffen kanone ja die ist cool die hat komplett schluss 1 dauerfeuerformussprint 1 der zusammenspiel 1 aufrappeln ist einfach mal der scheißstärke warum bin ich die waffen halt geil die die schutzschutz braucht schutz 4 und nahkampf 2 komplo plus ist genial wer klauen ich kann nicht glauben ich weiß ja oder mit anderen waffen die wir halt eben nach das war doch nutzen kannst ja es ist doch einfach ich hab doch schon fallen mit so jetzt 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 lass mich mal reden jetzt ich hab drei mal angefangen mit jetzt und jetzt war eigentlich auch mein jetzt satz also jetzt ist bescheuert obwohl es nicht schon vorbei ist dass ich die falle lege und der sich gerade eingreift ja es gibt zwei möglichkeiten wer haut ab oder er kommt direkt und der falle hoch dabei ist nicht gemacht was ist mein ausbau jetzt schon wieder so gut wie runter ja weil ich keine ration aufnehmen konnte toni komm doch einfach mal her ganz ehrlich die typen hier werfen man kann ihnen schweiz nicht abschneiden das auch so ja das war auch bescheuert er hat schon geschrieben und dann nachhinein bin ich dann zum ohren zu halt übergegangen warum hast du eigentlich das kann sein dass du keine ration mitgenommen hast ja konnte ich nicht weil ich voll war jetzt mal aufgepasst wüsstest du das auch ich war grad da rein vertieft es tut mir ja leid ja jetzt auf den tee los zu spät das war nicht zu spät das war einfach nur falsch das war eigentlich deine aussagen ne so jetzt komm her also komm möchte ich schon mal da ne nicht du diablos der muss mal wieder so jetzt so jetzt